Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Shadowrun Returns So, wir haben hier unseren Dekor und jetzt müssen wir uns hier reinhacken Und müssen das irgendwie halbwegs überleben, ja Ich kann nur hoffen, dass wir es schaffen Nächste Runde und weiter geht's Schade, dass ich nicht sofort irgendwie dorthin mich riggen kann, wo ich hin will Das wäre eigentlich super Okay, verfolgen die mich jetzt überall hin oder sind das jetzt verschiedene? Das ist gerade schwierig zu erkennen, würde ich mal behaupten Ich kann es ja mal rausfinden, indem ich jetzt versuche die zu töten oder ob jetzt jedes Gebiet voll ist mit denen Ich befürchte ja beinahe, dass die überall sind Ach du Scheiße Ach du Scheiße Zwei von denen, einer von denen And Ich glaube fast, die verfolgen mich jetzt überall hin Ich könnte jetzt natürlich wunderbar versuchen hier Irgendwo in Deckung zu gehen Da komme ich ja sogar relativ weit Dann beschwöre ich meine Spreng-ESP Die macht sich jetzt erstmal bei denen gemütlich Und jagt sich direkt in die Luft Geht drauf, bitte Ich werde definitiv Schaden angerichtet haben, so viel steht fest Ich bin sowieso fast draufgegangen schon Das ist eigentlich verdammt mir nochmal egal, wie weit die weg sind Das kann nicht wahr sein, das steht genau vor ihm Das ist unglaublich Ich hätte erst das Schild auf mich drauf machen sollen, bevor ich sowas anfange Verdammt nochmal Vielleicht sind die ja irgendwie Ich habe keine Ahnung, wo die sind, das ist gerade das eigentliche Hauptproblem Machen wir das mal fertig Ey Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das steht genau vor mir, verdammt nochmal Ja, dann ist der Blaster doch effektiver, weil ich das damit unter Garantie treffe Okay Wo sind sie? Okay Da sind sie, verstehe Weiß ich Bescheid Ich warte eine Runde Nichts bewegt sich So, geht da hinten Blaster Sind aber zwei AP, ne? Ne, nur eins Nur eins, okay Verfehlt Egal Haha Weiter erwischt Okay Runde warten Oder sind das die aus der vorherigen Runde, die sich irgendwo jetzt gerade die ganze Zeit bewegen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, Leute Ich mache mal ein Schild und hoffe aufs Beste Ich musste ja eigentlich nur noch an das eine Ding ran Das allerletzte Komme ich vielleicht von hier aus schneller da ran? Dass ich das eine Tor, was ich noch nicht benutzt habe Ne, ach, das habe ich schon benutzt Ha, Fall vergessen Mist Sorry, Leute Ich befürchte fast jede Ebene ist jetzt gerade voll mit solchen Gegnern Ich befürchte es sehr So, Schild nochmal auffrischen Wenn jetzt echt jede Ebene voll ist mit diesen Typen, habe ich echt ein großes Problem Ziemlich großes Okay, aber noch den Kopf nicht in den Sand stecken So weit, so lebendig Okay Kommen, halten wir mal schön zusammen Nix zu sehen, ne? Vielleicht stehen die auch bloß an einer anderen Stelle Ich habe so Angst Geh in Deckung Geh du mal hier in Deckung Hoffentlich sind die jetzt nicht hier um die Ecke oder so Nichts Wow Vielleicht habe ich sogar überlebt Vielleicht habe ich sie doch überlebt Das wäre natürlich Sehr beruhigend, ehrlich gesagt So Ich glaube, hier bewegen sich die ganze Zeit immer so ein Viecher aus der ersten Ebene Aus der allerersten Stufe da Hier ist auch noch nichts Okay Weil da sind die ja damals zuerst gespawnt Die allerersten von denen Nichts zu sehen Ich gehe jetzt mal hier hin Und falls sie dort sind, kann ich wieder zurück immerhin Nichts? Gar nichts Okay Oh, ich habe so Angst, Leute So Angst Okay, schnell speichern mal Sicherheit Schritt für Schritt weiter Tatsache, keiner da Wow Ich kriege fast Hoffnung, dass ich das überstehen kann Diese Mission Ich warte auf meinen Roboter Also auf meine ISP Schafft die es in einem Zug dorthin? Ja, schafft sie Okay Durch Verdammt Oh verdammt Oh mein Gott Super Hardcore Deckung brauchst du jetzt Und mein Programm stirbt gleich Von daher geht es noch nicht durch Sondern erst bis dorthin Das heißt, ich muss jetzt gerade alle Angriffe überleben Ich kann nur gerade sehr gut hoffen auf mich Okay Erstmal kommt mein Roboter mit durch Äh, mein Programm Räumt schon mal ein bisschen zuerst auf Ja Hey, der hat mich mal gesessen Blaster Mal so, kann ich drei treffen Oh nein, nein Egal, immerhin zwei getroffen Ist auch schon mal was Sie ist positiv, sie ist positiv, sie ist positiv Erosion Killer Der da hinten muss weg Bitte, 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 bitte Yes Einer weniger Ich kann es überleben Ich kann es überleben Jetzt Du Der Buffer Kann länger leben Meiner Wege nach Weg Ja Oh Huh Huh Ich kann es überleben Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, ich lebe noch Mein Herz, Leute Mein Herz ist so am Ballern gerade Ihr habt euch Ihr macht euch kein Bild Und mein Schild ist deaktiviert Nein Das könnte sein, dass mich dieses Schild jetzt am Leben hält Von daher muss es gerade sein Erst ihn ist viel wichtiger Und du so nah wie möglich ran auf jeden Er muss aber zuerst dann glauben Das ist einfach so Verdammt Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Boah, verfehlt Das gibt es nicht Hab ich ein Schwein Hab ich ein Schwein Okay Blaster Wisch ich leider nur ein Egal Machen wir Schritt für Schritt Erst Killer Geh so nah wie möglich ran Jetzt mach ihn fertig Bitte Ah, jetzt hat er auch noch ein Schild Stimmt Verdammt Ganz schlecht Erosion Komm Bitte, 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 bitte Oh yes Oh yes, Baby Blaster Ich darf nicht meinen eigenen treffen Nicht mehr viel Oh mein Gott Boah, bitte, 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 bitte Nein, 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 nein Oh Oh, verfehlt. Mein Herz, Leute, mein Herz. Es ist so schwach, es ist so schwach geworden. Ja, fuck, ja. Oh. Oh. Oh, dieses Spiel. Boah, hat echt noch geschafft, dass dieses Spiel mich echt zum Spannen bringt, ey. Boah. Rundenbasierte Rollenspiele, hab ich die vermisst. Wow. Okay, wir haben alles hier. Ja. Jetzt aber sowas von übelst krass auslocken. Boah. Gut gemacht. Also, wie heißt der nochmal? Äh. Ich weiß es nicht. Aruba. Aruba, du bist krass. Du bist ein ganz krasser Kerl. Oh, ich hab unglaublich viel Karma. Okay. Sollte ich echt mal... Oh, ausweichen, glaube ich. Das ist keine schlechte Idee. Ich mach jetzt nichts mehr auf andere Werte oder so. Ich glaub, das war einfach gar keinen Sinn. Da kann ich mich eher weiter auf das spezialisieren, wo ich schon gut bin. Und was ist aber Biotech nochmal? Das war ja gerade irgendwo. Erhöht die wiedergewonnenen LP bei der Benutzung eines Med-Kits. Okay. Witzig. Und je höher Deckung ist, desto bessere Kraft... äh, desto bessere Dinger kann man ausrüsten. Also bessere... ähm... Ja, diese Kraftwerke, wie man die nennen soll. Keine Ahnung. Deckergeräte. Wusste ich gar nicht mehr. Aber egal, brauche ich eh nicht. Von daher lieber aus Schnelligkeit. Immer noch weiter. Und Fernkampf. Okay. Das heißt, wir können das alles schaffen, Leute. Hut ab. Ja. Luft ist absolut rein. Hört man auch jetzt. Das heißt, wir können zurück zum Aufzug. Oder? Ja, Luft ist rein. Alles gut. Alles gut. Wir sind zwar nur noch zu dritt. Angeschlagen und noch mit wenigen Ressourcen, aber... Hey. Wir überleben es. Wieder zirpt ein Komling und das Gesicht des Barons erscheint auf dem Bildschirm. Es klingt weit... Er klingt weit weniger selbstbewusst als zuvor. Äh... Äh... Das ist neu. Was? Was ist neu? Anscheinend gilt Mr. Silverstar aus guten Grund als Paranoid. Diese Konsole verfügt über eine festprogrammierte Türschaltung ohne Matrix-Zugriff. Gestern war sie noch nicht hier. Wie könnt ihr sie so schnell installieren lassen? Na, klasse. Hast du einen anderen Plan? Einen richtigen Plan? Samedi, will schnell was einfallen. Nun gut. Das wird funktionieren, aber für den Plan ist es erforderlich, dass du, und zwar nur du, die Nacht hier verbringst. Äh... Hast du gesehen, wie viel Sicherheitspersonal hier drinnen rumläuft? Ich rufe alle Unterstützung, die ich kriegen kann. Der Aufzug, der jetzt wieder unter unserer Kontrolle ist, führt in ein leeres Parkhaus und somit in Sicherheit. Dein Team wird das Gebäude ohne Zwischenfälle verlassen können. Du hingegen wirst dich bei Sonnenaufgang als der neueste Zugang zu der Atlassian-Personal wiederfinden. Nun, lass mich dir erklären, wie du hingehen musst. Als Personal? What? Hm. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Der Morgen danach. Du machst es dir in der Hausmeister-Umkleide so gut es geht zwischen den Gerüchen von Industriereiniger, Bohnenwachs und Schweiß gemütlich. An Schlaf ist nicht zu denken, da du stets mit halben Ohren nach den Geräuschen eines Sicherheitsteams oder des Wartungspersonals lauscht. Aber schließlich bricht der Morgen an und mit ihm eine neue Chance, Projekt-Ärges in die Finger zu bekommen. Das ist ja mal ein Plottwist. Geile Idee. Jetzt bin ich also offiziell als Hausmeister. Guten Morgen, du siehst gut aus. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich über Nacht hier einzusperren. Dank Mr. Silverstars Paranoia, was Sicherheitsfragen betrifft, konnten wir letzte Nacht nicht einfach in sein Büro eindringen. Doch dank dem von dir und deinen Shadowrunern verursachten Chaos existiert nur eine Situation, die es auszunutzen gilt. Du hältst dich wohl für sehr klarer. Oui. Während du hier gewartet hast, habe ich meine Erkonom fortgesetzt und mir einige der weniger gesicherten, gewöhnlicheren Verwaltungsdaten zu Gemüte geführt. Laut dem Versandprotokoll hat Mr. Silverstar verkurzend mehrere Gemälde entgegengenommen, die er nach seiner Beförderung zum Vizepräsidenten der Sicherheitsabteilung beantragt hatte. Die Lieferung trug den Titel Unsere Werte. Am selben Tag bestätigte das Wartungspersonal des Gebäudes, sowohl die Gemälde als auch einen nicht genauer benannten Gegenstand von Fujicore in seinem Büro installiert zu haben. Ich vermute, dass es sich dabei um ein Tresor handelt. Ah ja, das haben wir auch in der E-Mail gelesen, da soll die Probe drin sein. Und die Probe befindet sich im Tresor. Sehr clever! Mr. Silverstar ist persönlich für die Untersuchung des Einbruchs von letzter Nacht verantwortlich. Er befragt jedwittes Personal, das wichtige Informationen haben könnte. Du musst einer dieser von ihm befragten Personen sein. In seinem Büro. Sobald du dich im Inneren befindest, muss er den Raum verlassen, damit du an die Probe gelangen kannst. Also sage ich ihm, dass ich Beweismittel habe, damit ich zur Befragung in sein Büro gelange. Fast! Du wirst deine eigenen Beweismittel hinterlegen. Auf diesem Stockwerk gibt es drei Notfall-Matrix-Knotenpunkte. Wenn wir ein paar Comlink-Chips bei diesen hinterlassen, wird der Run von letzter Nacht aussehen wie die Vorbereitung für einen größeren Run. Das wird die Aufmerksamkeit von Tillerson und Sicherheitsabteilung erregen. Die Aufmerksamkeit vom Con-Sicherheitspersonat zu erregen, ist mir noch nie sehr schwer gefallen. Was genau ist der Plan? Im Schrank befindest du eine Hausmeisteruniform, eine ID-Karte und die Comlink-Chips. Damit erhältst du Zutritt zum Gebäude und solltest nicht weiter auffallen. Alles weitere musst du selbst hinkriegen. Eine Sache noch. Mr. Silverstar ist bekannt für seine kreativen Sicherheitsvorrichtungen. Solltest du so viel wie möglich über ihn in Erfahrung bringen, bevor du ihn triffst. Nun gut, zähl dich um und ich entriegele diese Tür. Okay. Oh Mann, Samidi, was hast du das für seltsame Pläne? Und wie sehe ich aus wie ein Hausmeister? Neues Ziel, fliege nicht auf. Also müssen wir jetzt auch noch schleichen. Das ist mal cool. Die Idee gefällt mir. Abwechslung. Wird nie langweilig hier. Okay, erste Sicherheitsprobe. Der Vorgesetzte sieht aus wie ein Stuffer-Check-Manager, der sich einbildet, dass er Karriere machen wird. Anstatt sich einzugestehen, dass er ein beliebig austauschbarer Angestellter ist. Hey, da sind sie ja. Ich bin Steve Scott, ihr direkter Vorgesetzter. Tut mir leid, dass ich sie vorhin verpasst habe. Aber ich habe erst vor einer Stunde erfahren, dass sie heute anfangen. Sie sind erst zu spät im System aufgezaucht. Muss irgendein Systemfehler sein. Normalerweise würden wir ihnen einen Orientierungstrid zeigen und unser Unternehmensleitbild besprechen, aber... Nun, es tut mir sehr leid. Der erste Tag wird vielleicht ein wenig hart für sie werden, aber wir brauchen sie, um ein wenig Blut aufzuputzen. Vielleicht auch viel Blut. Den Dreck anderer Leute wegzumachen, ist mein Job. Sie werden alle Hände voll zu tun haben. Gestern Abend gab es eine Art Einbruch. Ein paar Leute wurden... Machen Sie einfach alles auf dieser Ebene sauber. Ach, und die Leute sind heute alles etwas nervös. Versuchen Sie, möglichst unauffällig zu sein und machen Sie keine Schwierigkeiten. Sonst werde ich gerufen und mir bleibt keine Wahl, als Sie zu verwarnen und eine Notiz in Ihrer Akte zu vermerken. Ich stehe jetzt für Ihren Diensten. Wo soll ich anfangen? Ich hoffe, Sie schnappen die Leute, die das getan haben. Nur ein Narr würde ein Büro des Telestrian-Konzerns angreifen und denken, man würde damit davon kommen. Arbeiten Sie sich einfach von Raum zu Raum vor und säubern Sie, was sauber gemacht werden muss. Viel Glück und willkommen bei Telestrian. Okay, das lief ja schon mal ganz gut. Reden wir doch mal mit diesem Wachtmann. Was kann ich für dich tun? Ich muss nach oben. Mein Vorgesetzter sagt, dort stehen Putzarbeiten an. Die oberen Stockwerke dürfen nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis von Eric Silverstar, dem VP der Sicherheitsabteilung, betreten werden. Du kannst dich gerne um die unteren Stockwerke kümmern, wenn der Vorgesetzter das möchte. Hm. Na gut, dann mache ich mich besser wieder an die Arbeit. Ah, hier ist wirklich eine Menge Blut. Ein Techniker, hm? Da kann ich irgendwas machen. Moment mal. Der Tech-Jockey von Telestrian dreht sich um, um mit dir zu sprechen. Du siehst, dass eine Abdeckung von dem Ladengehäuse hinter ihm entfernt wurde. Gut, dass du da bist. Kannst du es fassen? Silverstar nennt es einen Eingriff, aber ich erkenne einen Shadowrun, wenn ich ihn sehe. Fang am besten an der Ecke da drüben an und pass auf, dass kein Putzmittel an meine Server gelangen. Denkst du, du könntest vielleicht kurz an der Rauchen gehen? Wäre viel einfacher für mich, wenn ich nicht um dich herumputzen muss. Oh, tut mir leid. Klar, kein Problem. Nur ein weiterer Tag am Paradies, was? Sehr gut, sehr gut. Er haut auf. Und damit kommen wir an die Sachen ganz easy ran. Sehr gut. So. Erstmal hier. Was können wir da machen? Notfallknotenpunkt der Matrix. Entferne die Zugangsklappe von der Konsole und installiere den Comlink-Chip. Schritt 1. Die offene Konsole ist das reinste Wirrwarr aus Kabeln und halb auseinandergenommene Hardware. Einige der Teile sind lose. Nimm ein paar der Lanteile. Tja, machen wir das Zeug einfach mal ein bisschen kaputt. Hier gibt es nichts zu tun. Ist auch witzig, wieder im selben Büro zu sein, wo ich mich wirklich in der Nacht zuvor noch durchgeballert habe. Strange, strange, strange. Muss ich hier auch rein? Die zwei Männer starren in den Schacht und schütteln ihre Köpfe. Sieh mal, Raoul. Ich weiß, dass in dem Schacht da nichts ist und du weißt das auch. Aber als ich Silverstar das gesagt habe, hat er mich beschuldigt, dass ich da nur nicht reinkriechen will. Hat gesagt, dass ich ein Enttäuschern für die Firma wäre, weil ich meiner Pflicht nicht nachkomme. Die Anzüge lieben ohne Zweifel ihre Führungsgrundsätze und heißen Dreck. Aber heute ist nicht der richtige Tag für diesen. Die Pflicht kommt an erster Stelle, Miss von Telestrian Core. Ein paar von uns haben letzte Nacht ihre ultimative Pflicht erfüllt. Wir sollten wirklich sein, dass Mr. Telestrian heute nicht hier ist. Gleite einfach rein und sieh dich nochmal um. Ich muss nach oben gehen und Berichte erstatten. Er haut ab, will nach oben. Ja. Na, kletter doch auch rein. Dann mach ich die Klappe zu und das war's. Ein schmuddelig wirkender Wächter blickt in einen offenen Lüftungsschacht. Er ist sichtlich nicht begeistert von der Idee, erneut in den Schacht zu klettern. Tut mir leid, dass ich den ganzen Dreck auf dem Boden verteilt habe. Er schüttelt den Kopf. Ich kann einfach nicht glauben, was den Jungs von der Nachtschicht zugestoßen ist. Ich auch nicht. Denkst du, du bist mit den Schächtenfeuerte fertig und sie wollen, dass ich diesen Raum wieder in Ordnung bringe? Wenn jemand fragt, hast du mich da drinnen gesehen, klar. Okay, klar, klar. Kein Ding, Mann. Ich sag alles, was du willst. Solange du mich hier in Ruhe lässt. Perfekt. Also, noch mehr Dinger. Tada. Stück für Stück ernährt sich das Eichhörnchen. Oha. Ich muss sagen, das sieht echt nicht gut aus. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nichtsdestotrotz, unsere Daten zeigen, dass dieses Terminal nicht entsprechend Telestrians-Konzernrichtlinien gesperrt wurde. Sie sind ihren Pflichten nicht nachgekommen. Ich weiß, ihr Sicherheitstypen lebt nach dem Motto Pflichtbewusstsein über alles. Aber ich bin das wahre Opfer hier, das schwöre ich. Wenn Mr. Silverstar seine nächste Beförderung erhält, wird das vielleicht auch das Motto für euch Büroknechte werden. Zurzeit scheint euer Motto ja vorsichtig nach Hause gehen und bei einer Verantwortung nur ignorieren zu sein. Gehen sie nirgendwo hin, ich muss das melden. Der Ärmste. Ja, diese Firmen sind echt ihre eigenen Staaten mit eigenen Gesetzen, ich merke schon. Aber werden wir nicht auffliegen? Werden wir weiterhin alles Probleme, was wir hier installieren können? Sehen wir uns gemeinsam beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.